Willkommen beim Kanal Odysseus. Eilmeldung über den Coronavirus in China Diese gleich nachfolgend genannten Informationen über den Coronavirus sind mir zugespielt worden und in der Presse nicht verfügbar. Die Presse verschweigt uns mutmaßlich alle Informationen, die über den Coronavirus eigentlich zu erhalten sind und vor allem werden diese wichtigen Informationen zurückgehalten, um die Bevölkerung zu beruhigen. Die Coronavirus-Pandemie ist weitaus schlimmer, als man euch glauben machen möchte. Sie ist viel, viel, viel schlimmer. Und ich gebe euch jetzt hier einige zusammengefasste Informationen. Die Übertragung ist von Mensch zu Mensch möglich und von Tier zu Tier. Das haben wir in den konventionellen Medien auch gehört. Sie kann durch Flüssigkeiten übertragen werden und die Flüssigkeiten verlängern und verstärken sogar die Lebenskraft dieses Viruses. Der Coronavirus ist eine mutierte Art der SARS-Krankheit von 2003 und ist weitaus gefährlicher. Und das ist auch schon der große Unterschied. In den konventionellen Medien sagt man, der Coronavirus ist eine abgeschwächte Version der SARS-Krankheit von 2003 und das ist falsch. SARS hat eine Inkubationszeit von sieben Tagen und Fieber als Vorläufer, also als Warnsignal. Der Coronavirus hat eine Inkubationszeit von 14 Tagen und tritt sogar ohne Fieber aus. Das heißt, diese ganzen Bilder, die ihr auch in den Medien seht, diese Temperaturmessungen, die an den Menschen durchgeführt werden, ja, das ist alles schön und gut. Man glaubt, dass man auf diese Art und Weise den Virus ausfindig machen kann oder besser gesagt schon den Erkrankten ausfindig machen kann. Aber das ist falsch. Die Anzeichen für eine Erkrankung sind unter anderem Ausschläge auf der Haut mit roten Punkten, in der Mitte mit einem schwarzen Punkt, verhärtet und stark juckend. Man weiß nicht, wie die Krankheit ausgebrochen ist. Sicher ist eins, es gibt momentan kein Medikament und die Krankheit ist nicht heilbar. Ausgebrochen ist der Virus in der Stadt Wuhan. Bereits am 12.01. hatten Ärzte empfohlen, die Stadt abzuriegeln, weil die Situation völlig außer Kontrolle geraten ist. Die Verantwortlichen haben dies aber abgelehnt, in der Hoffnung, dies eingrenzen zu können. Und dies erwies sich als Fehler. Wir haben hier nämlich wertvolle Tage verloren. Seitdem sind täglich 300.000 Menschen aus der 8-Millionen-Metropole täglich ein- und ausgereist und dies in alle Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Und was in den Medien weiterhin nicht berichtet wird, der Coronavirus verbreitet sich exponentiell. Also es ist wirklich völlig außer Kontrolle geraten. Heute am 23.01. ist Wuhan mit seinen 8 Millionen Einwohnern abgeriegelt worden. Es darf kein Flugzeug, kein Schiff, kein Zug, kein Auto die Stadt verlassen. Militär hat die Stadt komplett abgeriegelt. Heute am 23.01. wurden 8 weitere Städte komplett abgeriegelt und von der Außenwelt abgeschnitten. Allen voran die Stadt Wuhan mit 11 Millionen Einwohnern. Dann die Stadt Sijiang mit 550.000 Einwohnern. Xianzhang mit 962.000 Einwohnern. Xiantau mit 1,6 Millionen Einwohnern. Qibi mit 530.000 Einwohnern. Esu mit 1 Million Einwohnern. Und Huangshang mit 7,5 Millionen Einwohnern. Zusammen sind 23 Millionen Menschen komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und liebe Freunde, diese Nachricht verschweigt man uns oder im besten Fall spielt man sie uns herunter. Also es ist ja völlig normal, dass 23 Millionen Menschen komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und diese Situation gab es bis dato in China noch nie. Und wenn die chinesischen Behörden diese Maßnahme ergreifen, dann könnt ihr sicher sein, dass hier ein viel, viel größeres Problem vorherrscht, als das, was man uns glauben machen möchte, hier in Deutschland und in Europa und auf der Welt allgemein. Weil ich denke, auch in anderen Ländern wird man das nicht auf den Tisch legen, was hier gerade passiert. Nicht zu vergessen, in diesen Städten müsst ihr euch vorstellen, die Lebensmittel werden knapp, Gemüse kostet bereits das 3- bis 4-fache zum Beispiel in Wuhan und die Preise werden mit Sicherheit teurer. Geschweige denn, dass wenn überhaupt noch irgendwas in die Stadt hinein oder herauskommt, eine humanitäre Katastrophe ist eigentlich fast schon vorprogrammiert. Die Krankenhäuser in Wuhan sind voll überlastet. Die Menschen stehen Schlange bis auf die Straße. Die Ärzte vor Ort können nicht helfen. Der Virus kann, wie berichtet wird, nur mit eigener Körperkraft besiegt werden. Sonst hat man keine Chance. In den nachfolgenden Videos zeige ich euch Menschen aus Wuhan, die auf offener Straße einfach umkippen. Liebe Freunde, dieses Thema ist ernst. Ich werde euch hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten. Die Medien verschweigen uns bewusst die große Gefahr, die auf uns zurollt. Die Ärzte hierzulande, wie zum Beispiel die Ärzte der Charité aus Berlin, sagen, dass alles ja nicht so schlimm wäre und dass dies eine schwache Form von SARS ist. Also wenn das eine schwache Form von SARS ist, dann sollen sie uns bitte erklären, was gerade in China passiert. Warum fallen die Menschen einfach auf offener Straße um? Warum sind die Krankenhäuser völlig überfüllt und die Ärzte völlig verzweifelt? Die Städte komplett abgeriegelt. Sowas gab es noch nie in der Geschichte. In den Medien wird nicht einmal eine Reisewarnung für China ausgesprochen. Man sagt, das ist nicht notwendig. Dies, was momentan von den konventionellen Medien uns berichtet wird, ist eine Lüge. Warum ich zur später Stunde dieses Video für euch mache, ist folgendes. Ich möchte euch warnen. Ich möchte keine Panik verbreiten oder euch verunsichern. Ich bitte euch nur eins. Schützt euch. Bei allen Menschenansammlungen, am besten geht ihr da auch gar nicht hin, meidet alle Menschenansammlungen. Meidet, wenn es möglich ist, Hauptbahnhöfe, Flughafen, Veranstaltungen mit vielen Menschen und so weiter. Alle Menschen, die jetzt aus Asien einreisen, können potenzielle Überträger sein. Bitte bedenkt, dass dieser Virus eine Inkubationszeit von 14 Tagen hat. Erst dann tritt dieser Virus in Erscheinung oder diese Symptome. Und dann kann es in vielen Fällen zu spät sein. Ich zeige euch jetzt hier nachfolgend Videos, die von den Menschen aus den Krisengebieten veröffentlicht worden sind. Hochgeladen worden sind in soziale Netzwerke, um euch zu zeigen, was wirklich passiert. Diese Videos werden natürlich wenige Minuten nach Veröffentlichung gelöscht. Ich habe diese Videos für euch alle gesichert. Und ich bitte euch, auch dieses Video hier für euch auf eurer Festplatte zu sichern und zu verbreiten, zu verbreiten, zu verbreiten. Dieses Video ist Copyright-technisch nicht geschützt. Ich erlaube jedem, der dieses Video sieht, es zu veröffentlichen in allen Kanälen. Ich gebe hier ausdrücklich eine Creative Commons Lizenz. Bitte verbreitet dieses Video. Bitte informiert so viele Menschen wie möglich, was wirklich passiert, um die Menschen zu warnen. Dieser Virus verbreitet sich am besten in großen Menschenansammlungen. Ich weiß, dass die Menschen alleine verbreiten, um die Menschen zu erwarten, um das ganze Zeitø一点 zurückzumachen. Ich weiß, dass Sie sich auch wieder hören können, oder ich will was. Anfausten ein Bi-Söhey July nochmal verstehen, wie sich das zihvik Layer flowingmillimeter? Es geht six Momenteil im Kletiar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020